hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier bei holi lol und willkommen zurück zu rocket league 2 2 hallo alpha ich grüße dich und ich grüße euch natürlich auch und falls ihr lust habt könnt ihr liken kommentieren abonnieren in die video beschreibung schon mal twitter konfronten weiter schon mal creator code angeben holi lol dann unterstützt ziemlich ein bisschen der kanal mit werden wir gehen direkt rein ins nächste spiel bist du bereit ich bin bereit ich bin bereit ich trinke es auch schon befeucht wie von alleine jetzt läuft ja runter wie öl 1897 die zahl sagt mir nichts gut ich dachte wir hätten wieder so lustige typen wie gestern immer weg gerammt für dich das war eine sehr gute sache so hatte ich frei waren jetzt noch nicht gesehen aber ich habe den einfach weggekommen weil ich die ballkamera hatte mir fliegt weil der mir fliegt und er fliegt gefällt mir ich gehe schon weiter ich habe den kick auf gewonnen was macht der ball dahinten kommt nochmal dran ich mag kam der andere typ der eine ist von schau wie andere ist der lang kann oder hatte ich nicht auf die letzte ohja ja jetzt hat sich rein machen ja das war der plan und deswegen ist er leben gegangen wir machen es halt auf die komplizierte art ja richtig ja ja hat ja klappt einfach kann jeder wir machen das törchen unterpasst du ja ich dachte mir ich habe ein tor geschossen dann gebe ich dem deswegen habe ich den extra daneben geschossen damit du am tor schießt kannst hätte auch noch eine idee für morgen vielleicht überraschung ja die überraschung bin ich gut als ihr die überraschung nicht verpassen wollt morgen wieder einschalten na richtig oh ja oh ja ist so du 3 0 hat das open net sind rum getroffen ja weil ich gut bin weil ich einfach der beste bin ich war noch mal in der circle ja richtig genau ja da kann man ja 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 aber direkt zum zum roger ist kein problem habt ihr alle schaut ja ich in gewandt sich alles wort ja beklift sehr geil und ich gebund ich habe ich noch mal gewandt ja ich habe nur kein boost jetzt kommt ja jetzt kommt er wieder pass auf ja und der bau und er macht habe ich hatte nicht er macht ihr selber nicht ich habe ja und schon wieder auf dem weg eigentlich wenn du guter rocket league spieler bist sie ist ja dass ich in der luft dreht das man kein boost mehr hat aber ich drehe mich ich drehe mich ja eh fast nie also können die mich nicht lesen ha 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 bin unterm radar ich hänge mein kabel ich habe dass die kabel für den step ja nicht jeder der excel holi aaah scheiße vorsicht Prosicht Vorsicht oh ich war da muss ich gucken tatsache das klingt schnell oder ich das ganze quatsch vergesse ich immer wie lange das spiel noch geht und wo wir gerade sind also die waren da mit drei wie kacke sind die denn ja sehr kacke ist jetzt machen wir noch ein sieg und solche members sagen ja ein bisschen aufstiegsspiel schwierige sache die aufstiegsspiel ja und den gedenken an die namen von gestern und vorgestern ich bin jetzt 88 jetzt habe ich immer der helfer gewusst jetzt habe ich immer der helfer gehören was ist denn das was wir den bus hier ja überlegen aber die dafür nahe machen gestern machen die denn hier was war ich denn ja habe ich okay nichts passiert ja noch mal schön kannst du den jetzt ja kann ich ja weil alle sind immer schämpft nur ich machen wir auch noch wir sind doch wieder auf dem weg oder die time mit drei spieler sind gerade ein bisschen komisch ich auch den habe ich gar nicht gesehen ja dieses meinte ich gerade diese kanone da genau die so ein bisschen angelehnt an die andere hier habe ich in titan weiß glaube ich oder nee ich habe meteor schauer in titan weiß ja den habe ich glaube ich hätte genug mehr ich habe ja gedacht das aber so aus ist wenn man einfach am trocken wenn man berührt ich habe den nach ihnen weg gemacht habe ich mache ich mache jetzt schon auch schade ich würde mit ich nein er geht nicht ja direkt zum ich bin ein hat auch sein aufstiegspiel hat er nicht da packen wir uns jetzt sehen wir mehr drunter ich könnte den fridolin damit ein bisschen rausnehmen ja bin ich spon 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 nicht den habe ich gerade gelungen ja aber gut der erste trifft den ich aber der zweite dann wir haben beide das eigentor versuchte einer hat es geschafft weil meine friedung was mache ich denn nein was mache ich denn der verdrinkt scheiße aber jetzt schön 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 du darfst oh ja und der schuss ja ja und hätte ich es nicht schwer ist nicht einfach das ist nicht schwierig ich habe keinen Wunsch ja ich war noch im weg falsch rum gelandet sehr gut nein sehr gut diese sehr sehr gut ich habe den Wunsch nicht bekommen oh hat er nicht oh nein an die Latte oh fuck nein 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 hat er nicht noch gebunden nase ey das hätte ich doch gehabt man ja da hat er nicht da zack war ja auch noch fast dran ich bin schneller gewesen egal wir schauen was ja nein Uli ausgleich oder pass dachte zwei ist er ist drin ja hat er auch geklappt hat er auch geklappt ich verlob ja er war ein bisschen zu schnell am bahn oh hab den gerammt okay ja bammt mich doch noch mal du mann fridolin nein wieder zufrieden ich habe nicht viel das ist nicht gut ich bin das ist ein Weg daneben oh fuck oh fuck ja da konnte ich nichts mehr machen der war ein bisschen schnell du da haben wir gepincht glaube ich yo alles klar der war fies denk mal ja oh shit aber fies explodiert oh nein schade den zweiten touch habe ich nicht gut gerettet ja alles gut oh doch nicht so gut oh du ja hätte ich ja er hat ihn auch nicht geblockt oh nein warum denn das aufstehen spiel ja knapp der buchstepp band ist der fridolin der nase ja ja baller schon zwei spiele ja das ging wie eine rätquittert einen jahr der tag ging wir wieder relativ schnell vorbei leute ja ich habe noch was abholen ich kann auch noch ein drops abholen den öffnen wir noch ja ich auch komm komm wir machen einen drops auch hier und lila lila ist drin bei mir blau faser x2 deluxe räder aha kann ich die eintauschen ich habe starbase art bekommen was ist das auch einfach am banner enttäuscht ich kann nichts eintauschen leute ach ich wollte ja auch noch ich habe import import erzähl was christen was hast du ich habe nur vier drops aber ich kann angeblich eintauschen wie geht das denn da habe ich keine ahnung ja nicht leute am samstag mache ich hier mal die ganzen dinger hier die blueprints tausche ich mal ein und dann gucken wir mal vielleicht kriegen wir ja einen schönen weißen dingo oder einen weißen fennig oder sowas mal schauen wenn ihr bock drauf habt könnt ihr gerne einschalten wenn nicht dann trotzdem eigentlich einfach einschalten ähm hast du eigentlich tauscht jetzt ne ging nicht achso fehlte ein item ja gut schade leute das ging dann nicht und wir sehen uns dann morgen wieder haut rein und äh ciao ciao und hier die grüße an meine kanalmitglieder an meine lauten unterstützer vielen dank phoenix vielen dank aksw vielen dank phil und vielen dank tombstone vielen dank für eure unterstützung dank